CeBIT-Frage 2009. Wie hat das Internet euer Leben verändert? Hallo, ich bin Roman aus Erfurt und das Internet hat mein Leben so weit verändert, dass ich durch mein Auslandsstudium in Manila, dass ich jetzt noch mit meinen Freunden dort in Kontakt bleiben kann, über Facebook oder E-Mail. Hallo, ich bin Marthein, ich komme aus Niederland, studiere jetzt hier an Hannover Architektur und ich bleibe mit allen Leuten, die ich aus Niederland kenne, hauptsächlich über das Internet in Verbindung. Hallo, mein Name ist Patrick, ich komme aus Hannover und ich nutze das Internet eigentlich als Plattform zur Kommunikation für Partys, die ich selbst organisiere. Vielen Dank. Bitte.